So, der Start ist frei! Oh, da rockt schon ohne Richtung! Ja, kommt das erste raus hier! Die 106 vor der 183 unter 95! Die 106 mit Florian auf seinem VW Passant unterwegs hier! Wieder klart der Kirch! Von der 131, Elender Simon! Die 5 von 90! Rotback Markus eingeschlagen hier! Und Schüsse machen! Hey, da geht nichts mehr! Da geht nichts mehr! Der steckt vor der 183! 106 vor der 183! 106 vor der 183! Jetzt kommt er rüber unten! Und da wird's jetzt immer schwerer! Für den jungen Piloten! Mit der 453! Für Jäger Dominic! Die 106 mit Florian zieht hier eins an seine Runden! Gefolgt von der 49! Hofmann Christian auf Platz 2! Und der 52! René Birnebauer auf Platz 3! René Birnebauer auf Platz 3! 106 vor der 49! Hofmann Christian auf Platz 3! Hofmann Christian wird immer schneller! Hofmann Christian klopft jetzt schon an! Bei der 106 hinten! Bei Beck Florian! Der erste Kontakt hier schon! Und in der VW-Lager-Kurve, der wird jetzt das erste Mal versuchen! Immer schneller wird er jetzt! Ah! Geht sich nicht ganz aus! 106 vor der 49! Aber jetzt! Jetzt probiert er's hin! Jawohl! Geht innen vorbei! Hofmann! Oh! Sie gehen zur Hinterracht! Wagen Sie denn! 49 vor der 106! Jetzt kommt er eine kurze Kunde! Direktor kurze Kunde! Jetzt wird sich natürlich der Hofmann Christian nicht gefallen lassen! Jetzt wird die Gabor ein bisschen härter hier! Zwischen der 106 und der 49! Weg Florian! Weg Florian! Wolfmann Christian! Der Hinterrachter 2! Die 2! Kommt sich da eine 4! Wir sind in der 9. Runde! So, jetzt wird's spannend! Eine Runde geht's noch! Eine Runde geht's noch! Letzte Runde hier! Für die 109, für die 49! Für die 106, für die 49! Und für die 52! Wo sind die Fans von Bixer und Mathe? Jetzt geht's auf! Wo sind die Fans von Zelliger Schwart? Jetzt wird's jetzt da sein! Letzte Runde! Letzte Kurbel! Jetzt fährt's das eure, keine Leute! 106, 149! Wer kommt da rein? Es bleibt die 106, eure, keine Leute! Vor der 49! Super! Alle! Teamaller! Wer sind die, keine Leute! Was gemacht! Was gemacht hat hat? Hey, ihr!